Prinz Harry hat zurzeit keinen leichten Stand, egal ob in seiner Heimat Großbritannien oder in seiner Wahlheimat den USA. Dafür waren die Enthüllungen über seine Familie verantwortlich. Und genau die holen ihn nun erneut ein. Das Verhalten von Prinz Harry, das er gegenüber seiner Familie an den Tag gelegt hat, war wohl alles andere als die feine englische Artikel. Das sieht auch der ehemalige US-Präsident Donald Trump so und schießt nun heftig gegen den Exil-Royal-Harry. Könnte ihm das nun zum Verhängnis werden? Prinz Harry? Droht ihm nun die Abschiebung? In einem Interview mit Daily Express wetterte Donald Trump nicht nur über die Regierung von dem aktuellen US-Präsidenten Biden, sondern auch gegen den Aussteiger-Royal-Prinz Harry. Denn der 77-Jährige, der sich gerade erneut im Wahlkampf um die Präsidentschaft befindet, denkt, ich würde ihn nicht in Schutz nehmen. Er hat die Königin verraten. Das ist unverzeihlich. Wenn es nach mir ginge, wäre er auf sich allein gestellt. Denn Donald Trump findet, dass Prinz Harry zu viele Privilegien bei seinem Umzug in die USA eingeräumt wurden. Der 45. US-Präsident wettert. Ich denke, sie waren zu gnädig zu ihm, nach dem, was er getan hat. Denn Prinz Harry wurde in der Vergangenheit mehrfach der Vorwurf gemacht, dass er nicht hätte in die USA einwandern dürfen. Grund dafür sei laut der Denkfabrik Heritage Foundation seine Drogenvergangenheit. Die er in seinem Buch Reserve öffentlich machte. Dort beschrieb der Exil-Royal detailliert, dass er in der Vergangenheit Drogen wie Marihuana, Kokain und Pilze konsumierte. Eine Tatsache, die er hätte auch bei der Einreise in die USA angeben müssen. Es ist jedoch noch immer unklar, wie Prinz Harry damals auf dem Antragsformular geantwortet hat. Falls jedoch Donald Trump erneut Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte, sollte sich Prinz Harry warm anziehen. Denn dann könnte für den Royal ein anderer Wind wehen.